Hallo zu diesem Übungsvideo, mit dem du überprüfen kannst, ob du die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten mit der Binomialverteilung drauf hast. Hier ist jetzt die Vorgabe gemacht für die Aufgaben, dass die Wahrscheinlichkeit, ein Spiel an einem Glücksautomaten zu gewinnen, 0,4 betrage. Und dann sind hier verschiedene Ausdrücke zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten aufgeführt. Und du sollst dann eine passende Beschreibung für das zugrunde liegende Ereignis, dessen Wahrscheinlichkeit dann jeweils so berechnet wird, angeben. Starten wir also mit Aufgabe A. Und hier sehen wir, dass diese Wahrscheinlichkeitsformel die Form der Bernoulli-Formel hat. Und in dem Binomial-Koeffizienten hier vorne steht hier unten die 7. Dies ist ja die Anzahl der Treffer, 7 Treffer in 16 Durchgängen. Jetzt müssen wir hier rechts noch die Trefferwahrscheinlichkeit identifizieren. Und da gehen wir zu der Potenz, in der auch die 7 im Exponenten vorkommt. Und dann wissen wir, dass hier in der Basis die Trefferwahrscheinlichkeit steht. Die Trefferwahrscheinlichkeit ist 0,4. Und das ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, ein Spiel an einem Glücksspielautomaten zu gewinnen. Und so wissen wir, dass PA die Wahrscheinlichkeit ist, in 16 Spielrunden genau 7 Mal zu gewinnen. Dann kommen wir zur Aufgabe B. Das sieht auch wie die Bernoulli-Formel aus. Hier sehen wir, dass wir 7 Treffer haben. Und die 7 taucht auch hier im Exponenten auf. Somit wissen wir, dass 0,6 jetzt die Trefferwahrscheinlichkeit ist, die hier zu betrachten ist. Und 0,6 ist ja jetzt nicht die Wahrscheinlichkeit, ein Spiel zu gewinnen, sondern weil es die Gegenwahrscheinlichkeit ist, die Wahrscheinlichkeit, ein Spiel zu verlieren. Somit können wir sagen, P von B ist die Wahrscheinlichkeit, in 16 Spielen 7 Mal zu verlieren. Damit kommen wir zur Aufgabe C. Hier steht 1 minus einem Wahrscheinlichkeitswert, der hier jetzt angegeben ist. Und weil da 1 minus steht, wissen wir, dass wir das Gegenereignis dieses Ereignisses betrachten. 0,4 hoch 3 ist ja die Wahrscheinlichkeit, 3 Mal hintereinander zu gewinnen. Und dementsprechend ist P von C die Wahrscheinlichkeit, in 3 Spielen nicht jedes Spiel zu gewinnen. Okay, dann schauen wir uns an, was hinter dem Ereignis D steckt. Hier steht ja 1 minus 0,4 in Klammern hoch 6. 1 minus 0,4 ist ja die Gegenwahrscheinlichkeit zu 0,4. Also könnten wir auch schreiben 0,6 hoch 6. Und das ist auch die Wahrscheinlichkeit, in 6 Spielen jedes Spiel zu verlieren. So, dann kommen wir zur Aufgabe E. Und hier sehen wir, dass sich diese Wahrscheinlichkeit als Summe zweier Wahrscheinlichkeiten ergibt. Der eine Summand ist 0,6 hoch 5. Das ist ja die Wahrscheinlichkeit, in 5 Spielen 5 Mal zu verlieren. Weil 0,6 ist ja die Wahrscheinlichkeit, bei einem Spiel zu verlieren. Und 0,6 hoch 5 heißt also, dass wir 5 Mal hintereinander verlieren. Und dann haben wir noch diesen Summanden hier. Und um diese Wahrscheinlichkeit zu interpretieren, versuchen wir diesen Summanden jetzt in die Bernoulli-Form zu bringen. Das heißt, wir müssen an diesen gelben Stellen Eintragungen machen. Hier steht ja schon 0,6 hoch 4. Das heißt, die können wir direkt hier eintragen. Und 0,4 ist natürlich 0,4 hoch 1. Damit ergibt sich eine Bernoulli-Kette, die über 5 Stufen geht. Also steht hier oben die 5. Und wir müssen ja diesen Faktor 5 hier irgendwie generieren, aus diesem Binomial-Koeffizienten. Und dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal ist 5 ja 5 über 1. Oder aber auch 5 über 4. Wenn wir jetzt 5 über 4 hier einsetzen, dann ist ja 0,6 die Trefferwahrscheinlichkeit. Und dann würden wir diesen Ausdruck so lesen, als Wahrscheinlichkeit in 5 Spielen 4 Mal zu verlieren. Wir können aber auch diese 5 als 5 über 1 schreiben. In dem Falle würden wir als Trefferwahrscheinlichkeit diese 0,4 identifizieren. Und dann würden wir diese Wahrscheinlichkeit als Wahrscheinlichkeit interpretieren, in 5 Spielen einmal zu gewinnen. Aber tatsächlich sind natürlich diese beiden Ausdrücke absolut das Gleiche. In 5 Spielen 4 Mal zu verlieren ist das Gleiche wie in 5 Spielen einmal zu gewinnen. Zusammen betrachtet enthält die Wahrscheinlichkeit E einmal die Wahrscheinlichkeit in 5 Spielen 5 Mal zu verlieren und die Wahrscheinlichkeit in 5 Spielen 4 Mal zu verlieren. Weshalb wir sagen können, PE ist die Wahrscheinlichkeit in 5 Spielen mindestens 4 Mal zu verlieren. Weil mindestens 4 Mal verlieren bedeutet ja 4 oder 5 Mal zu verlieren. Und dazu addiert man die beiden Wahrscheinlichkeiten. So, damit kommen wir zur letzten Aufgabe. Weil hier 1 Minus steht, wissen wir ja schon, dass wir nach einer Gegenwahrscheinlichkeit zu diesem Ereignis hier suchen. Und diese Wahrscheinlichkeit ist ja die Wahrscheinlichkeit, in 8 Spielen 2 Mal zu verlieren. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit PF, die Wahrscheinlichkeit in 8 Spielen nicht genau 2 Mal zu verlieren. So, ich hoffe dir hat diese kleine Übung geholfen, sicherer bei der Berechnung von Wahrscheinlichkeiten über die Binomialverteilung zu werden. Gerne kannst du mir auch Feedback und Anregungen in den Kommentaren hinterlassen. Ansonsten freue ich mich über deine Unterstützung. Gib mir doch einen Daumen hoch, empfehle meine Videos weiter. Und ansonsten viel Spaß und Erfolg beim Lernen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.